Bevor das Video anfängt, erstens, ich bin mega fertig, deswegen ist das heute nur ein recht kleines Realtalk Video. Aber falls ihr ein richtiges Video von mir sehen wollt, könnt ihr entweder eine Woche warten, weil nächste Woche kommt wieder ein normales Video. Oder ihr klickt unten in die Beschreibung, wo ein Link zu einem entweder Video oder zum Clan-Channel ist, auf dem das Video denn heute oder morgen hochgeladen wird von mir. Also ich hab da schon ganz viele Videos hochgeladen, die richtig, richtig viel Aufwand kosten, sogar teilweise mehr als für diesen Channel hier. Das heißt, wenn ihr die Videos nicht kennt, einfach mal raufgehen und dem Clan-Channel supporten, ein Like dalassen und so weiter und so fort. Genau, da linken wir es in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß mit einem etwas kleinen Realtalk Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem Video vom Kanal, mein Name ist Kilian Acker-Kilkern. Ich hab heute so wenig, also ich hab ein 0%-Thema, wirklich gar nichts. Ich wollte erst so ein Top 10 schlechtes YouTuber machen, da dachte ich mir nur den Kanal von ApoRats zu nehmen wäre ein bisschen langweilig gewesen. Oh, I am the one the world. Deswegen nehme ich jetzt dieses Video einfach mal ein ganz kurzes Video dieses Mal. Was war das für ein Satz? Um euch einfach mal Danke zu sagen, weil ich mach YouTube jetzt wieder seit drei Wochen so relativ aktiv eigentlich und hab jetzt schon, ich glaub, 300 Abonnenten plus bekommen. Und meine Videos bekommen schon wieder mehr Views und ich bekomme ganz viele Kommentare und die Likes rasieren auch richtig von wegen, Ja, du machst mega gute Videos, unterhältst mich, Sonntag ist gerettet und so weiter und so fort. Deswegen, Leute, einfach mal ein fettes Dankeschön an euch. Das, äh, ja keine Ahnung, das pusht mich wirklich. Also keine Ahnung, das ist echt nicht schlecht. Das ist cool. Das ist, äh, grad ein bisschen Homo, was die wirklich Bewegung mit meiner Hand macht. Zum Glück sieht man das nicht. Und ganz viele haben mich auch gefragt, wie lange es dauert, so ein Video zu machen. Und ich sitze meistens an so einem Video so eineinhalb Stunden. Aber es liegt auch daran, dass ich, ähm, die Techniken jetzt alle kann. Am Anfang waren das fünf Stunden pro Video. Jetzt mach ich das alles halt mit Hotkeys und so weiter und so fort. Hab die ganzen Soundeffekte schon in einem Ordner. Und weil mich so viele gefragt haben, werde ich wahrscheinlich auch an das nächste Mal ein Video machen, wie ich meine Videos mache. Ergibt das Sinn? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht freut ihr euch da drauf, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall nochmal ein richtig fettes Dankeschön. Und für die Leute, die so denken, äh, so ein Video will ich nicht sehen. Ich will dich aktiv sehen. Behindert aktiv. Denn, ähm, das hat keinen, also das hat einen Grund, dass ich immer Snapchat-Werbung mache. Nicht, weil ich irgendwie Fame werden will auf Snapchat. Sondern ich poste halt wirklich mein ganzes Leben auf Snapchat. Ich glaube, ihr könnt auch jeden in Real Life fragen. Ich Snapchat eigentlich 24x7 und, äh, meistens auch nur Behindertenscheiß. Deswegen addet mich einfach auf Snapchat-Kilion.Kramer. Wenn ihr Bock darauf habt, ihr müsst es natürlich nicht. Doch, ihr müsst es. Allerdings ist mein Handy jetzt gerade kaputt. Also nicht wundern, wenn gerade gar nichts läuft. Oder wenn, ich weiß nicht mehr, vielleicht haben ja schon ein paar Leute geschrieben, was los ist. Mein Handy ist seit vier Wochen kaputt oder so, deswegen kommt da gar nichts. Aber Leute, wenn ihr mich da addet und ich mal ein bisschen inaktiv bin auf Snapchat, erfahrt ihr auf jeden Fall alles, was ich mache, wann ich kacken, ja, eigentlich sogar wann ich kacken gehe. So, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, es geht klar und ich brauche einen klickgeilen Titel für dieses Video. Ansage-Kommander-Krieger ging letztes Mal ja ganz gut. Nämlich einfach Ansage an KS-Freak. Okay, haut rein. Okay, haut rein.